Und so geht es jetzt auch bei der Wernerin, jeder und jeder weiß, wie wir dringend beworben, es ist Nürnberg. Und Ratschläge von Maxi-Bürger, die nichts anderes sind als populistisch ist, bevor es im Nürnberg auch die Frage der Nürnbergrechte vorgegeben, in der wir ganz klar auf der Nationen sind. Die Nürnbergrechte zum Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020